Diese Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt, sie hatte nicht nur die Not der Krankheit, sondern sie hatte Glauben. Sie hatte Vertrauen. Irgendwie dürfte sie schon bemerkt haben, dass dieser Jesus mehr geben kann als die übrigen Menschen, als die übrigen Fachkräfte. Sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und so war es. Sie wurde geheilt. Dieses Jesusberühren, dieses mit Jesus in Kontakt kommen, das war für sie das Heilsame, das Bereichernde. Sie nimmt Teil an der Kraft Jesu und merkt, der gibt mehr als übrige geben können. Wenn das mit Jesus stimmt, wenn das wahr ist, was Jesus sagt und tut, wenn wir das glauben, dann ist es angebracht, in unseren Nöten, wie immer sie aussehen, uns an Jesus zu wenden. Und wir brauchen und dürfen uns nicht an Kriege gewöhnen. Wir brauchen und dürfen uns nicht an Ungerechtigkeiten jeder Art, an hungernde Völker gewöhnen. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Menschen, bevor sie zur Welt kommen können, zu Tode gebracht werden. Gott hat den Tod nicht gemacht. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Es wurde uns auch gesagt, dass das Gift des Verderbens keine Macht hat über den Menschen. Und das ist jetzt gut zu hören, denn alles Negative und Böse, alles Todbringende ist machtlos, wenn der Mensch keine Zustimmung zu diesem Negativen und Bösen und Tödlichem gibt. In seiner Wahl ist der Mensch der Entscheidende, ob er sich mit dem Leben vereint oder mit dem, wie wir sagen können, Geist der Welt. Ob er dem Lebensgeist Raum gibt in seinem Herzen, in seinem Denken oder dem Geist, wie man es halt so macht. Dem Geist, der nur auf das eigene schaut und zwar Mitleid hat mit dem Anderen, aber doch nichts einsetzt für ihn. Wenn es stimmt, dass die Kraft Jesu Einfluss nimmt auf eine menschliche Biografie unserer Tage bis hin zum Erwecken der Toten, wie wir es bei der Tochter des Jairus erlebt haben. Wenn Jesus sagt, für mich schläft diese, kann Jesus es auch ertragen, dass er ausgelacht wird. Er sagt, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur, da lachten sie ihn aus. Es ist deutlich, wie fremd das Wirken Gottes durch Jesus für die Menschen ist, vielleicht auch für uns. Es kann sein, dass auch wir sagen, Veränderungen sind unvorstellbar. Das ist eine schöne Idee, aber die Wirklichkeit ist anders. Entscheidend ist nun, wie sehr geben Sie, liebe Schwestern und Brüder, und die Frage gilt natürlich auch mir, wie sehr gebe ich dem Sohn Gottes Einfluss auf mein Leben? Kann das wirklich geschehen, dass die Kraft Gottes mit dem Menschen etwas macht? Kann es wirklich möglich sein, dass das Licht, das Jesus zur Welt gebracht hat, einen Menschen erleuchtet und ein ganz neues Verständnis vom Leben gibt, ein neues Gottesbild und ein neues Menschenbild vermittelt? Ich persönlich bin davon überzeugt, ja, Gott spricht durch Jesus, er wirkt durch Jesus, er wirkt in den Herzen, er wirkt auf die Herzen, er wirkt durch die Herzen. Die Welt wird sich nicht von selbst zurechtfinden. Es braucht diejenigen, die sich von Gott selbst helfen lassen. Und durch Jesus ist uns diese Hilfe gegeben. Das heißt, demütig hören und das eigene Lebensverständnis, das Bisherige in Klammer setzen und sich sagen lassen, dass eine Alternative möglich ist zum Bisherigen. Und die Jüngerinnen und Jünger Jesu können ja, müssen, eine Art Kontrastgesellschaft anbieten. Wir werden zu dieser Kontrastgesellschaft gemacht in der Nachfolge Jesu. Und mir scheint es ganz wichtig zu sein, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eine persönliche Jesusbeziehung ist, die das neue, entscheidende, erlösende, verwandelnde, bereichernde in die einzelne Biografie und in der Folge in die Gesellschaft bringt. Es darf der Mitmensch auch nicht überfordert werden, indem vom Mitmenschen oder auch von uns selbst etwas erwartet wird, was wir nicht geben können. Und Jesus hat mehrfach darauf hingewiesen, dass aus der Beziehung mit ihm, aus der Gemeinschaft mit ihm, ganz vieles zur Welt kommt, was es ohne ihn nicht gibt. Ein ganz einprägsames Bild ist das vom Weinstock und der Rebe. Der Christ kommt als Rebe aus dem Weinstock hervor und die Gemeinschaft mit Christus lässt den Christen Früchte für die Welt bringen. Mag der sogenannte Erfolg auch klein sein? Wenn es das Werk Jesu Christi im Christen ist, dann wird es ein heilsames Werk sein. Und wir dürfen, wie die Theologen sagen, davon ausgehen, dass Christus selbst sich schenkt, dass Gott ein sich schenkender ist und dass Gott ein an Liebe überströmender Gott ist. Einer, der in den Geist des Menschen einwirkt, einströmt. Und es kann die Menschennatur auf diese Weise, wie wir wissen, Wohnung Gottes werden und das Wirken Gottes durch den Menschen sichtbar werden. Sichtbar und erlebbar. Der Apostel Paulus hat es doch auch begreifen dürfen. Es geht nicht nur darum, reich zu sein an Glaube, Rede und Erkenntnis, sondern es auch sichtbar machen durch konkrete wirtschaftliche Hilfe. Die Liebe zeigt sich bekanntlich am Geld. Wohin fließt das Geld? Wer bekommt es? Wem wird geholfen? Wer wird vernachlässigt? Die, die zu wenig gesammelt haben, haben nicht zu wenig und die viel gesammelt hatten, hatten nicht zu viel, wird hier gesagt. Der Arme kann durch den Reichen leben und der Reiche tut sich und den Armen Gutes, wenn er die Gemeinschaft mit dem Bedürftigen pflegt. Letztlich zeigt sich die Gemeinschaft im Geiste durch die materielle Gemeinschaft. Amen.